Hallo, was geht ab und herzlich willkommen, du da draußen vor dem Monitor. Gut, wenn du jetzt mit deinen Bros vor dem Monitor sitzt, dann was geht ab Bros und herzlich willkommen zu diesem Video. Einem besonderen Video für mich ein wirklich krasser Augenblick. Und zwar haben wir zusammen, also du, deine Bros oder ihr und ich, einen weiteren Meilenstein auf YouTube erreicht. Und dafür bin ich extrem dankbar. 50.000 Abonnenten, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 50.000 Abonnenten schmeckt irgendwie cool. Trotzdem bin ich wirklich extrem dankbar, meine Freunde. Vor allen Dingen euch. Ihr seid quasi der Teil meiner sehr geilen Community, muss ich wirklich sagen. Wenn ich euch jetzt hier zu viel mit den Fingern rumwuchte, ist es halt einfach so. Ich bin mega happy, bin gerade zwar auch nach Hause gekommen, bin eine Runde Boost gefahren und danach bin ich sowieso immer mega happy, weil es macht halt einfach Spaß. Und ja, also dank euch ist dieses Projekt YouTube möglich. Aber ihr seid es nicht nur alleine. Es sind natürlich aber auch die Hersteller und Freunde, Bekannte, aber auch die Familie, die mich unterstützt, die Rücksicht nimmt. Und gerade die Familie und die Freunde auf das, was ich hier mache, YouTube. So, meine Freunde, und an dieser Stelle bin ich einfach der Ansicht, es ist Zeit, euch, meiner Community, einfach mal was zurückzugeben. Und zwar als Dankeschön für diesen Support, für diese Treue, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Und ja, 50.000 Abonnenten bedeutet in Endeffekt, ja gut, ich habe jetzt nicht 50.000 Finger, sondern 5 Preise gibt es zu gewinnen. Einerseits bereitgestellt von Asus, Cooler Master, Frack the Design und CableMod. Ja, rein rechnerisch sind das nur 4, nehmen wir mich dazu, also 5. Von daher auch wieder passend zu den 50.000. Was gibt es nun zu gewinnen? Wie kannst du teilnehmen? Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Fangen wir mit dem Hauptpreis an und das ist der Gaming-PC für 500 Euro, den ich euch letzten vorgestellt habe, mit der R7 370 und einem AMD X4 870K. Dazu gibt es jetzt noch einen schönen Kühler von Cooler Master und eine schöne rote Beleuchtung. Dieser PC besteht also nicht nur aus Asus-Komponenten, sondern auch aus Cooler Master-Komponenten. Deswegen ist dieser Teil hier ganz klar zu sagen der Asus- und Cooler Master-Part. Als zweiten Preis gibt es dann den VG278HV, ein 27 Zoll Full-HD-Monitor von Asus bereitgestellt. Und als dritten Preis gibt es dann die ROG Sparta Gaming Mouse. Und wie das Ganze jetzt funktioniert auf dieser Seite ist relativ einfach erklärt oder eigentlich sehr einfach erklärt. Es gibt diese sogenannten ROG-Lose, das findet ihr quasi unten mit diesem Plus 1. Und je mehr Lose ihr quasi sammelt, desto größer ist eure Chance, ja bei diesem Gewinnspiel etwas zu gewinnen. Wenn ihr jetzt quasi ein Los gesammelt habt, dann könnt ihr weitermachen oder halt aufhören, wie ihr halt möchtet. Braucht dann im Grunde nur noch euren Namen und eure E-Mail-Adresse angeben und schon seid ihr dabei. Auf der anderen Seite gibt es dann Fractal Design und CableMod. Und zwar hier habt ihr die Chance, ein Define S oder ein Full-Cable-Kit von CableMod zu gewinnen. Wichtig ist an dieser Stelle, was den Bereich CableMod angeht, ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass dein oder euer Netzteil in diesem Fall in dieser Kompatibilitätsliste steht. Die ist auch da nochmal verlinkt. Ich frage mich jetzt aber bitte nicht, ob dein spezielles Netzteil unterstützt wird für das Full-Cable-Kit deiner Wahl. Ich müsste genauso wie du auch dann an dieser Stelle in diese Liste reinschauen. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir beide schauen. Deswegen am besten einfach mal reinschauen und überprüfen, ob das Ganze passt. Am Ende das Ganze einfach nur noch abschicken und dann bist du auch schon dabei. Das sind jetzt die zwei Wege, wie ihr quasi an diesem Mega-Gewinnspiel teilnehmen könnt. Auf der einen Seite Cooler Master und Asus und auf der anderen Seite Fractal Design und CableMod. Ob du dich jetzt dafür entscheidest und auch für das ein oder andere, ist dir überlassen. Oder auf beiden Seiten mitzumachen. Das ist vollkommen Bock, wie du das Ganze machst. Hauptsache ihr habt Spaß dabei, du hast Spaß dabei und im Grunde ist es für mich einfach mal schön, euch oder dir etwas für diese Treue, für dieses gigantische Feedback. Und vor allen Dingen aber auch für dieses Haushaltevermögen, mich immer zu sehen, dass ihr irgendwo auch mal etwas zurückbekommt. Und da wünsche ich euch oder dir auf jeden Fall richtig viel Glück. Wie lange das Ganze jetzt läuft, ist auch relativ gut und einfach erklärt und zwar exakt einen Monat. Heute ist der zweite, siebte und das läuft quasi bis zum zweiten, achten um 23.59 Uhr. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal extrem für dieses mega krasse Feedback, für diese Treue. Nenne ich es einfach mal, dass ihr weiterhin dabei seid und dass ihr das Ganze so ermöglicht, dass ich das Ganze hier so betreiben kann. Es ist immer noch ein Hobby, schön wäre es und es ist ein Traum von mir, dass ich das Ganze irgendwann mal von Hobby zum Beruf machen kann. Werden wir sehen, ob das Ganze so klappt. Ich bedanke mich bei euch, bei allen Herstellern, Freunden, Familien und Bekannten. Und ja, vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video und den Spruch kennt ihr sicherlich auch. Das steht schon in den Startlöchern und ja, bis die Tage. Ciao.